Hey Leute, das ist Gans Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Mit 48 Jahren, Schauspielerin Josara Jinaro stirbt an Krebs. Es sind traurige News aus der Schauspielwelt. Josara Jinaro ist vor allem durch die US-amerikanische TV-Sendung eher bekannt. In der Arztserie spielte sie von 1994 bis 2009 mit. Die gebürtige Brasilianerin konnte aber auch viele andere Rollen, beispielsweise in Judging Amy oder Strong Medicine, abstauben und legte eine beachtliche Karriere hin. Doch nun wurden tragische Neuigkeiten verkündet, Josara ist verstorben und wurde nur 48 Jahre alt. Das gab ihr Ehemann Matt Bogado auf Facebook bekannt. Josara sei am 27. April an Krebs gestorben. Josara hat tapfer gegen den Krebs gekämpft und ist heute nach Hause gekommen, um von ihrer Familie umgeben zu sein, beschrieb er. Die Honey-2-Darstellerin starb wohl im Kreise ihrer Liebsten. Sie war eine erstaunliche Ehefrau, Mutter, Künstlerin und Freundin. Sie hatte die schönste, freundlichste Seele, hieß es in seinem weiteren Posting. Gemeinsam mit ihrem Mann bekam Josara zwei Söhne, Liam und Emris. Ich selbst, Liam und Emris werden sie so sehr vermissen, obwohl wir wissen, dass sie in unseren Herzen ist und uns bei jedem Schritt des Weges führt, schloss Matt ab. Hey guys, this is Gansham. Subscribe to our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.